Ich mag keinen Tango, auch wenn... Lies mich da, das ist aber schon gut. Alter! Ich hab den getroffen und cool, weil es hat den jetzt nicht interessiert. Nein! Wie sieht der mich denn jetzt? Putz! Ach komm, das war doch... Den hab ich errichtet. Oder was tut das? Einer von uns beiden. Klopft dann, du. Frage ist, wo ist jetzt hier ne Tür? Drohne fliegt. Ich pack Drohne. Drohne fliegt und Drohne siegt. Ich kann eine kleine Gruppe feinde. Ich kann eine kleine Gruppe feinde. Ich kann eine kleine Gruppe feinde. Das ist ja noch gar nicht mehr fein sein. Fünf Tangos. Wir haben was mit den fünf und den Tangos. Eigentlich schon. Ich hab noch nie gehört, dass es acht Tangos sind. Oder zehn Tangos. Nee. Hab ich glaub ich auch noch nicht. Drei glaub ich hab ich schon mal gehört, aber... Drei und fünf. Was ist denn da reingekommen? Ich bin Scharfschütze und schieß dann am Scharfschütze vorbei. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Der Brito Tito. Was? Die wundern sich auch nicht, dass der Helikopter direkt vor der Nase aufgetaucht ist. Ist der Helikopter? Ist der Helikopter? Ja, im Lager ist der dran. Also, wo kommt der Heli hier? Scheißegal, der kommt immer auf die Zubegehen. Helipopter? Wow! Alter! Alter! Du bist denn da reingekommen? Hahaha! Dann muss hängst immer auch außen rum. Ja! Hahaha! Eine One-Man-Show hier. Die Tür ist zu berühren. Na klar, ich kann dich durch das Gatter schießen. Egal, dann kommt er her und stirbt. Stirbt! Oder ich sterbe. Ja... Gut, die Tür war bei mir verschlossen. War das so eine kleine Tür bei dir? Äh... Eigentlich war es so ein kleiner Minigang. Ich bin immer komplett drin, bin ich auch nicht. Ich werde angeleuchtet! Das blendet mich! Ich erleuchte dich! Alter! Das blendet mich! Tag der Leuchtenwissner! Okidoki! 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 Wann hast du denn immer Zeit zum Aufnehmen? Diese Woche relativ abends. Diese Woche relativ abends? Ich hab Frühstück deswegen. So. Alter! Aber Sonntag sollte eigentlich immer klappen, ne? Sollte. Ich mein, wenn wir zwei Projekte hätten, dann müssten wir auch zweimal mindestens aufnehmen, ne? Naja. Die Milieu ist halt nur ab und zu mal blöd wegen... Alter, wo kommst du denn her? Ich kann mich wieder überleben, ist mir gar nicht aufgefallen. Der Fahrzeugabwurf, die Rebellen können ihn... Alter! Ich bin hier vor allem in der Sackgasse. In der Sackgasse? Ich bin auf dem Weg! Ich bin, äh... Äh, wieder aus. Der rennt an mir vorbei, der weiß nicht wo ich war. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich zu der komme. Ah, jetzt werde ich aber doch gesehen. Ist ja klar, ist klar. Die gucken auch immer genau dahin, wo man ist, ne? Ich hab jetzt nicht getötet. Der auf dich schießt? Ja! Jetzt ab. Ich hab auch drauf geschossen. Dann hab ich ihn abgelenkt, weil ich daneben geschossen hab. Aber nein, nein, nein. Das ist so geil, wenn du an der Tür schießt und jeder Gegner kommt da raus. An der Tür schuss. Ah, danke. Ich hab endlich nen Heli. Ruf doch Verstärkung. Ich komm ja alleine klar. Wenn die alle aus der Tür rauskommen und ich einfach auf die Tür zielen muss. Da! Ich lenke sie mal kurz ab. Hier bin ich. Die blöden Säcke. Die blöden Säcke. Tauboga! 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 Der ist so dämlich eigentlich. Na, es greift mich an. Wo Verstärkung so lange? Habe ich? Jawohl, da ist einer genau an der Tür. Die kann ich jetzt erschießen. Guten Tag. Ich werde dem Gegner liegen rücken zu. Ich habe gehört, das soll tödlich sein. Habe ich auch gehört, aber... Boah, Alter. Nein. Der Boga ist noch am Leben, aber ich bin noch am Boden. Echt Ketchup aus Alabastias am Boden. Echt Ketchup aus dem Küchenregal. Aus dem Kühlregal. Gerade als ich reingegangen bin, bin ich halt gestorben. Hätte ich lieber auf der Tür gewartet, bis jeder Gegner bei mir ist. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Und hätte Ewigkeit gedauert. Das ist wohl wahr. Naja, gibt Schlimmeres. Wow. Ich habe jetzt schon mal... Ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Das habe ich in jeder Aufnahme. Es ist so egal, ob wir hier haben, oder ob ich im Muttersport wenn ich aufnehme. Ich komme immer gegen das Mikrofon. Einen Moment kurz. Komme ich soweit zurück? Die Frage ist, wie lange nehme ich das auf? Was denn? Komm, 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 komm. Ich kann ja nichts für. Ich muss die Rolle eben nur runter machen. Dann würde ja keiner reinkommen. Wie lange nehmen wir noch auf? Das weiß ich nicht. Also wir haben... Eigentlich was alles. Na, wir haben 1,5. Na gut, machen wir das Gebiet auf jeden Fall fertig. Wir haben noch 2 Missionen. Wir haben noch 2 Kingslander-Time. Eine ist da drin. Einmal Bonus-Orden fehlt uns. Das ist auch da drin. Und eine Zubürkiste fehlt uns. Ja, und hier unten ist noch so eine Mini-Mission. Ja, hier ist die Waffen... Ich habe die Zubürkiste entdeckt. Ja, ich... Sag... Mach mal das Gebiet noch zu Ende. Okay. Dann kannst du deinem Vater helfen. Mhm. Beim Morden von Leuten oder so. Ich weiß was. Was? Hat er nicht gesagt. Scharfschütze! Toter Scharfschütze. Sehr guter Scharfschütze. Was sagt die Aufklärung? Zieh Nummer 2 da. Die Aufklärung. Ich habe die Aufklärung. Für den Scharfschütze. Oh, das ist doch aufgeklärt, Kevin. Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr Gegner. Das weiß man halt nicht, wenn so ein... Lila-Button da ist. Nee, ich meine, wurdest du aufgeklärt? Also von deinen Eltern oder von der Schule? Hat der? Also... Du weißt schon, was ich meine. So, Eltern. Ich nicht. Ich wusste das irgendwie schon immer. Ich weiß es nicht. Du kannst auf die Welt. Ich weiß, wie man Kinder macht. Nein, keine Ahnung. Das wüsste ich schon sehr früh. Ich weiß auch nicht, woher. Das kam von alleine. Guten Tag. Okay, wir gehen aber wieder taktisch vor, ne? Ja, ich bin ja schon Gegner am Töten. Wenn du hier komische Themen hast, ich mach das. Ich bin hier auf dem Turm drauf und Sniper jetzt alles weg. Das könnt ihr auch machen, weil ich bin auf dem anderen Turm. Jetzt dann gleich. Hat den einen von dem anderen Turm, hab ich getötet. Ich bin sehr stolz auf mich. Wie wäre es erstmal, wenn wir erstmal das machen? Aufklären. Noch ein Tango. Ich zähle fünf. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Hä, der schläft jetzt. Okay, jetzt schläft der für immer. Der war immer am Schlafen. Die Schlacht war gleich für alle, alle. Alle, alle. Hey, die hier im Zelt kann ich nicht blatt machen. Hä? Hä? Er hat sich teleportiert bei mir. Die Drohne ist oben. Du lügst. Sowas geht gar nicht. Das würde viel zu viele Daten brauchen. Alter. Aber was ich mich ernsthaft frage, wenn man sich teleportiert, ist man das am Ende dann immer noch? Immer noch? Oder ist es dann ein anderer? Nein, Alter. Ja, Mörser fängt wieder an. So wurde es erwischt. Scheinbar schon. Gut, wenn du sie ablenkst. Ich habe Rebellen gerufen. Ja, ablenken. Jetzt kann ich aber nichts mehr machen. Ich helfe dir doch. Gesehen davon. Können wir die auch ablenkungsmanöver machen, ne? Das hätte ich aber auch von allen Seiten gesehen. Also nicht von allen Seiten, aber von manchen. Ich habe eine Idee. Erstmal vermien ich den Aufgang. Geh den gerade runter. Geh den auch gerade runter und jetzt vermien ich den, dass da keiner hochkommt. Ja, aber einer muss ja unten mal was aufmachen, ne? Ja, ich räume von hier oben erstmal. Den Typ habe ich überhaupt nicht gesehen. What the? What the? Scharfschütze. Oh, scheiße. Ich komme nicht wieder. Ich komme am Boden. Helf mir. Ja, ja. Meine Drohne fliegt ja schon, wenn sie hier rauskommt. Wenn sie nicht überall entgegen fliegt. Kann sie hier durch? Ah, ich muss da rein. Chen hat es geklappt. Warte, ich mache den Sniper da mal Platz. Oder auch nicht, weil ich den nicht sehe. Ich lege eine Mine. Toll. Hab ich die eine Mine so nah herangelegt, dass die gleich explodiert und ich automatisch tot bin. Warum? Alter, von wegen du hast eigentlich so krass ein Scharfschütze, ich war trotzdem angeschossen. Ja, von einem anderen. Da ist noch einer. Oder der hat mich jetzt am Füßen. Ich habe dich euch aufschütteln. Gut. Oh, oh. Ey, wie kam der denn hoch? Belebt mich doch bitte wieder. Anscheinend kamen da drei hoch und zwei sind durch meine Minen gestorben. Ja, ich habe Sprengkrone gerade. Sprengkrone? Sprengkrone. Sprengkrone. Ey, wie ist das denn passiert? Ich habe nicht mal Minen explodieren gehört. Das ist ja unglaublich. Kann ich gerade nicht. Das versucht zu überleben. Weil in dem Moment, als ich meine Drohne machen wollte, ist in dem Moment die Mine explodiert. Wie siehst du mich denn? Ach, jetzt muss ich wieder von au... Ach, nö. Ach, nö. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich level. Also ich könnte jetzt leben. Soll ich mich wiederbeleben? Hm? Soll ich mich wiederbeleben oder machst du das? Ja, ich bin gerade selber beschäftigt. Okay. Aber ich bin komplett angeschossen die ganze Zeit. Alter, wo kommst du denn her? Falsche Waffe. Drücken sie R3, um hinter ihrem Helikopter zu sehen? Ich habe bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Wusste ich ja noch gar nicht. Alter, ich bin der Pilot. Ich bin der Pilot. Ja, du hast mich denn versteckt. Alter. Boah, das wusste ich gar nicht. Mit der R3 kann man ja nach hinten gucken. Ach, wusste ich nicht, oder was? Vermutlich schon, aber habe ich es nicht benutzt. Der Boden. Ja. Was ist die Drohne? Ich sehe sie. Wie sie absoluten gekocht ist. Nein! Das war ja gerade geil aus die Drohne. Das war keine Drohne, das war ein Heli. Wieso war es ein Heli? Ach ja, stimmt. Da habe ich wieder reinwollt, wenn da keine Rakete angeflogen. Hallo? Alter. Aber ich konnte dich ausrechnen, weil die instant kamen. Hallo? Puff. Ja, so wie Instant-Nudeln. Die kommen auch instant. Wir haben ja auch Helis und Autos, die einfach instant kamen. Ja, hier kommt alles instant. Das Amazon Now. Ja. Now steht für jetzt, also passt das ja. Ne, ich meine das Now mit K vorne. Ach, das Now. Das weiß. Weiß. Also das, das weiß, das ist... Amazon weiß. Ja, Amazon weiß. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich taktisch vor, okay? Amazon ist sehr weiß und rassistisch, was? Hast du eigentlich schon mal in deiner Aufnahme ein Lachfleisch bekommen? Ja, schon öfters mal. Oder meinst du in einer Solo-Aufnahme? Solo-Aufnahme. Ne, ich glaube nicht. Was machst du eigentlich gerade? Ich? Wir sehen einen kleinen Gruppen-Tango aus. Tot. Ich würde jetzt taktisch vorgehen. Wir sollten das noch an dieser Station schaffen. Ich weiß, aber einmal hast du irgendwas gemacht und ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr zusammenreißen. Ja. Das weiß ich. Ich bin aber auch sehr witzig, das musst du wissen. Nein. Sehr humorvoll. Ja, manchmal schon. Manchmal schon. Wow. Aber nur... Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Alleine bin ich halt alleine. Alleine bin ich halt alleine. Einfach so. Das passiert ab und zu, weil ich einfach so alleine bin. Wenn ich alleine bin, bin ich manchmal auch alleine. Aber manchmal kommt es auch vor, dass wenn ich alleine bin, sogar alleine bin. Mhm. Ab und zu auch nicht. Ja. Und manchmal bin... Wenn ich alleine bin, bin ich manchmal auch sehr alleine. Das Luftabwehrsystem. Mehr alleine als sonst. Ja, das ist... Das hat mich getötet. Das hat mir das Leben getötet. Ich hab halt alles markiert hier. Ist doch gut. Ich hab schon drei Snipers getötet. Snipers. Ich bin ja also markiert für dich. Ach, für mich macht er das. Sehr nett. Neu von mir. Gut. Wir müssen wieder auf die Türme. Aber das ist so ein nerviger Helikopter. Das ist eine Drohne. Warte mal. Kann ich die abschießen? Will ich gar nicht. Meine Drohne, nein. Meine Drohne, nein. Werd ich eh die machen. Könnte ich ja gar nicht, wahrscheinlich. Ja, diese Session könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Ist ja aber nicht schlimm. Noch hab ich Zeit, auch wenn ich mir was zu essen machen würde vorher. Ich hab auch langsam Hunger. Nein. Nein, warum bewegt er sich? Welch. Wow. Ja. aptat.